weg. So, selber auf der anderen Seite. Den auch weg. Und den weg. Yes. Das heißt, wir müssten jetzt hier mal schnell nachlegen. Und den da hin. Den weg. Yes. Den weg. Yes. Können wir den da weg machen? So. Yes. Den noch ein bisschen bewegen. Den auch noch ein bisschen bewegen. Und den auch noch ein bisschen bewegen. Und den weg. Und dann machen wir den ganz froh. Jawoll. Und wir haben. Sind wieder im gelben Bereich. Okay. So. Halbwegs. So. Pass auf. Hat eine Reichweite bis dahin. Können wir da noch was dran drehen. Und wir haben da noch was Neues. So viele Leute müssen wir dann arbeiten. 5. 5. 5. Aber. so. Sie sind wieder. Satisfäucht. Okay. 10 kohle holen wir jetzt irgendwo kohle ungekönnte stadt ist natürlich ich frage wo kriegen wir jetzt was zu essen so pass auf wir werden den mal da einmal auf die andere der Bombe oder in Formen Hör mir doch noch hin, ne? So, mit der ist wieder runtergezogen. Sehr geil. Geht aber, so schlimm ist es nicht. So, alles klar. Ah, wir haben noch ein bisschen Probleme mit dem Essen. Okay, was auch immer der jetzt will. Äh, keine Quest hat er noch. Können wir, mach mal. Okay. Ist immer noch ein Bereich vom Wasser? Nee, ist leer. Hey. Können wir jetzt auch mal eigentlich da vorne hinbauen, ne? Gebt der uns ja auch mal um. Oh, wir müssen sowieso noch was tun. Na, pass auf. Dann machen wir hier. Noch so einen hin. Oh, das war zu viel. Das war ja richtig zu viel. Ja, geht aber. Passt schon. So, guck mal. Jetzt haben wir die Leute mal wenigstens wieder runtergeholt. Sehr geil. Aber, wir werden jetzt hier. Und den verschieben wir. Machen wir da mit hin. Sehr schön. Oh, ein paar Leute haben wir nie gekriegt. Schade. So, und jetzt machen wir hier noch einmal Essen hin. Äh, Ressourcesform. Bloß im Moment halt ein Wasserproblem. Und so ein Holz haben wir da jede Menge. Und so ein Holz haben wir da jede Menge. Steine. 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 Oder zwei haben. Okay. Erstmal. Wo sind wir jetzt eigentlich? Da sind wir. Okay. Ein bisschen könnten hinten was hinbauen. Es läuft eigentlich gerade an Forschung. So, was da könnte denn so. Äh, warte mal, wie haben wir da? Macht mal alle raus. Macht mal was Holz voll. Da hinten haben wir was zu essen, oder? Was ist das? Kohle. Äh, Klee. Klee brauchen wir noch. Na ja, muss noch mal gucken. Wir holen uns erstmal hier das Holz. Fliegen wir mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, wir müssen ja noch ein bisschen Essen kaufen. Oh, mangiare. Oh, mangiare. Oh, mangiare. Oh? naja bevor wir verhungern hier holen wir uns da lieber noch was da mal ein weniger und da haben wir einen mehr dann holen wir uns klein ein bisschen wasser wohl wasser haben wir eigentlich 0,5 ist nicht viel 94 holz geht das ganze holz schon wieder hin das restliche wasser haben so viele hangars brauche ich die überhaupt alle 1234 stück so hat sagt er jetzt hier so weit weg ist es mir klar 500 oase ist nicht viel aber mensch freut sich ich will da mal hin was da noch ein zwei leute kriegen weil jetzt immer wieder auf chillt so so was kriegen wir jetzt hier und da noch ein zwei leute dazu 15 brauchen wir noch so was haben wir hier eigentlich foodseo mit klinik no foodseo mit kinder erstmal hier noch ein fahrrad hier bauen pass auf verschieben mal ganz hinter den verschieben wir auch mal da hin und dann was haben wir denn hier schönes glas schelm wir haben keine glas schelm mehr und das ist sowas für glas schelm brauchen wir kurz den müssen wir spielen glas mal mit kurz und kochen wir haben wir eine leute oder können wir auch noch ein paar schicken wir alle raus bei kohle müssten auch mal hinschicken und haben wir haben wir nicht wasser hätten wir auch noch da alle arbeiter beschäftigt naja mit dem wasser müssen wir mal sehen dass wir das besser hinkriegen wasser konnten so ist ja so schwer ich denke schon so holz geht schön hoch unbekannt und da wärst du eigentlich logisch die kennen wir aber schon hey und auftrieb haben wir nicht mehr so viel hier vorne jetzt noch was hin machen lift ach so ist keiner frei wo sind wir denn da so machen sie müssen bereich ja wenig okay warum man da jetzt noch den auftrieben wir wollen sie dass das wieder viel besser aus so da brauchen wir welche richtung sind wir denn unterwegs dahin wollte ich eigentlich gar nicht hin doch hier will ich hin hier will ich hin wo haben wir schon gibt es eigentlich noch irgendeinen antrieb also die dinge die geht es hier eigentlich nicht weiter genau das wollte ich doch mal probieren wo steht denn die akademie wo ist denn die akademie eigentlich abgeblieben hangar das wort doch mit ins der ersten was ich geboren habe wie sieht die aus man weiß es nicht da müssen wir denn jetzt eine hier einsammeln kann ich jetzt hier oder man kann ich die noch verbessern wir haben eh kein glas hier fehlt uns auch noch was das habe ich auch noch nicht deswegen kann ich die nicht staupeln alles klar und die habe ich auch noch nicht eine runde sammeln aber da haben wir es schon gefunden so das heißt aber eigentlich wir sind ja hier oder machen wir irgendwo noch ein quest da müssen wir hin ok das heißt also ein bisschen mehr südlich ok bisschen mehr südlich über die ok und der so ein bisschen links vorbei oh ja mal quatsch das müssen wir uns schnell mitnehmen und der so ein bisschen ja ich hätte ja noch irgendwie mehr was warum geht das ja nicht von uns 30 stunden und leute haben jetzt keine zur verfügung unterwegs ist vielleicht noch unbekannte woher da gibt es alle leute mal gucken die haben wir glaube ich schon gefunden wo war denn jetzt immer noch so ein dorf ich habe es verloren oder war das die ruine oder war das die ruine oder war das die ruine oder war das die ruine